Heute für euch, warum Gellert Grindelwald aus Durmstrang rausgeschmissen wurde. Das und mehr, jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir den wirklichen und wahren Grund beleuchten, warum der dunkle Zauberer Gellert Grindelwald vom Durmstrang-Institut verwiesen wurde. Ihr könnt bei Google suchen oder im Harry Potter Wiki nachsehen. Dort wird stehen, dass Grindelwald wegen seiner verdrehten und unnatürlichen dunklen Experimente von der Schule verwiesen wurde, die die Schul-Hierarchie leider nicht mehr tolerieren konnte. Das ist im Wesentlichen alles, was bisher bekannt ist. Ich habe jedoch umfangreiche Recherchen für dieses Video durchgeführt und mich eingehend mit der Person Gellert Grindelwald und der Natur des Durmstrang-Institutes beschäftigt. Als ich verschiedene Faktoren zusammenführte, wurde klar, was diese verdrehten Experimente waren und wie sie zu dem Ausschluss beigetragen haben. Grindelwald besuchte das Durmstrang-Institut irgendwann in der Mitte der 1890er Jahre. Er war ein sehr talentierter junger Zauberer, dem vieles natürlich zukam. Doch er fand, wenn er sich richtig anstrengte, um seine Magie zu verbessern und durch seine Lehren an der Schule zu lernen, übertraf er seine Mitschüler bei weitem. Es ist wahrscheinlich ein vereinfachter Vergleich, aber er war der Elbis Dumbledore von Durmstrang. Vielleicht sogar noch besser in dieser Zeit, aufgrund seines Enthusiasmus, so mächtig wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich zu werden. Es ist kein Geheimnis, dass er unter den Schülern wegen seiner Fähigkeiten herausragte. Doch etwas, das bei Gellert auffiel, war die Tatsache, dass er an Mythen und Geschichten glaubte, die kaum eine Grundlage hatten. Er war vollkommen fasziniert von der Idee der Heiligtümer des Todes, zum Beispiel. Das Märchen von den Heiligtümern inspirierte ihn dazu, der Meister des Todes zu werden, indem er alle drei Gegenstände vereinigen wollte. Um einen Grad an Macht und Wissen zu erreichen, der den meisten unbekannt ist, musste er sich anstrengen. Durmstrang war dafür berüchtigt, seinen Schülern zu erlauben, dunkle Magie zu erlernen, einschließlich dunkler Experimente, die akzeptabel waren und kein Verbrechen darstellten. Dennoch hat diese Toleranz nicht unzählige dunkle Zauberer und Hexen hervorgebracht. Wenn man die Geschichte des Feuerkeichs betrachtet, sieht man keine schrecklichen Durmstrang-Schüler, die nach Hogwarts kamen und Ärger machten. Was Grindewald betrifft, so war es der Grad, die Strenge oder sogar die Extreme dieser dunklen Experimente, die zu seinem Rausschmiss führten. In Bezug auf diese dunklen Experimente gab es offensichtlich mehrere Vorfälle von inakzeptablem Gebrauch dunkler Magie. Es wurde auch festgestellt, dass diese Handlungen andere Schüler gefährdeten, was darauf hindeutet, dass er von der Schule verwiesen wurde, weil er gefährlich war. Gerhard Grindewald war auch eine Art Rebell, der sich nicht wirklich an die Disziplin hielt und stattdessen tat, was er für richtig hielt. Selbst wenn dies dazu führte, dass Schüler wegen seiner nicht genehmigten magischen Praktiken bestraft wurden. Vielleicht ist das der Grund, warum er das Symbol der Heiligtümer des Todes an die Wände von Durmstrang schrieb, was überall Angst einflößte, wo es auftauchte. Die Symbole sind auch heute noch in der Schule zu sehen und Viktor Krumm selbst erwähnte einmal, wie sehr er dieses Symbol hasste, da es ihn an die Grausamkeiten erinnerte, die seine Familie durch Grindewald und seine Anhänger erlitten hatte. Obwohl Grindewald extrem mächtig war, hat er letztendlich nicht erreicht, was er beabsichtigt hatte. Er wusste, dass er die magische Welt beherrschen und die Muggel unterdrücken wollte. Er wusste auch, dass er die Heiligtümer des Todes finden und vereinen wollte. Zudem war ihm bewusst, wie viel Magie er dafür benötigte und welchen Weg er einschlagen musste, um sein Ziel zu erreichen. Wir wissen genau, was er erreichen wollte. Deshalb kann ich spekulieren, was er möglicherweise in der Schule versucht haben könnte. Aber denkt daran, dunkle Experimente sind an dieser Schule nicht untersagt, also hat er technisch gesehen nichts Falsches getan, bis er die Dinge auf eine andere Ebene gebracht hat, die etwas gefährlicher wurde. Nekromantie ist eine der dunkelsten Formen der Magie. Sie erfordert, dass der Zauberer Leichen aufsucht, um sie zu reanimieren, damit sie seinen Befehlen gehorchen. Der Zauberer muss natürlich auch das Fleisch vor weiterer Verwesung bewahren und den Leichnam selber müsste er irgendwo lagern. Der schlimmste Teil für mich ist, dass ein Mensch, auch wenn sein Geist den Körper verlassen hat, ungestört in der Erde bleiben sollte und in Ruhe gelassen werden sollte. Der Leichnam muss bestimmten physischen Standards entsprechen. Grindelwald wollte eine Armee von Untoten erschaffen. Das bedeutet, er war bereit, tausende von Leichen zu erwecken und zu kontrollieren, um sie für den Krieg einzusetzen. Dieser Zauber war äußerst schwierig anzuwenden und das Wissen darüber war nur ein Mythos. Aber wie wir bei Gellert Grindelwald wissen, wenn es ein Mythos ist, dann hat er seinen Ursprung irgendwo und das bedeutet, dass er höchstwahrscheinlich wahr ist. Voldemort hat bewiesen, dass der Zauber real ist, also wissen wir, dass er existierte. Gellert hatte also Recht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er begann, tote Tiere wiederzubeleben, um die Methode später auf Menschen anzuwenden. Das war weit über das hinaus, was für Durmstrang akzeptabel war und könnte der einzige Grund für seinen Ausschluss gewesen sein. Etwas, das erwähnenswert ist, ist, dass Gellert Grindelwald glaubte, dass der Stein der Auferstehung die Körperlichkeit toter Menschen wiederbeleben kann. Er plante mit ihm, um seine Armee zu schaffen, aber in Wirklichkeit hat der Stein das Land der Toten betreten und die Geister der Verstorbenen zurückgebracht und nicht die Körper. Was die Horcruxe angeht, bezweifle ich sehr, dass er jemals einen Horcrux erschaffen hat. Ich habe vor einiger Zeit ein Video darüber gemacht, warum er kein Horcrux erschaffen haben sollte oder könnte oder wollte und ihr könnt es euch nach diesem Video gerne angucken, wenn euch das interessiert. Aber ich würde mir definitiv vorstellen, dass er zumindest daran interessiert gewesen wäre, zu erfahren, wie sie hergestellt werden und er hätte Zugang zu dem berüchtigten Buch Geheimnisse der dunklen Kunst gehabt. Ein anderer Schüler oder Lehrer hätte ihn dabei erwischen können, wie er ein Buch über Horcruxe liest und das Schlimmste annehmen, vor allem, wenn er bereits einen berüchtigten Ruf hatte. Wenn ihn jemand der Schulleitung oder den Behörden meldete und er von der Schule verwiesen wurde, was es im Allgemeinen bekannt macht, dass Horcruxe auf eine Linie ausgerichtet sind, die niemals überschritten werden sollte, weil man einen Mord begehen musste, um einen zu erschaffen, dann kann man davon ausgehen, dass er schon von der Schule geworfen wird. Das wäre ein eindeutiges Indiz für seine Verbrechen gewesen. Grindelwald war jemand, der alle verschiedenen Aspekte der Magie absorbieren wollte, selbst diejenigen, die er nicht verwenden wollte. Es gab jedoch einen großen Unterschied zwischen ihm und Lord Voldemort. Obwohl ich wirklich glaube, dass er höchstwahrscheinlich eine Abneigung gegen das Erschaffen von Horcruxen hatte, ist es nicht allzu schwer, fälschlicherweise das Schlimmste anzunehmen, wenn man Zeuge wird, wie jemand seine Seele spaltet. Er hätte auch mehrere nützliche Zaubersprüche und dunkle Flüche erfinden können. Das Erfinden neuer Zaubersprüche ist zwar eine Art, zur magischen Welt beizutragen, ist aber auch extrem gefährlich, diese Praxis durchzuführen, die dazu geführt hat, dass frühere Schöpfer ernsthaft geschädigt oder sogar selber getötet wurden. Luna Lovegood's Mutter Pandora Lovegood ist das beste Beispiel dafür, wie gefährlich das sein kann. Der Zauber hätte auch bei der örtlichen Behörde registriert und genehmigt werden müssen, da es wahrscheinlich nicht geschätzt wurde, unbekannte Kurse in der Schule anzubieten. Es ist wichtig zu beachten, dass Grindelwald nach seinem Rauswurf aus der Schule möglicherweise das einzige Mal geschnappt worden wäre und es ihm verboten wurde, Magie zu praktizieren, was er natürlich ignorierte. Er erwarb einen neuen Zauberstab und fuhr fort, nicht nur Magie zu praktizieren, sondern sie zu verbessern und sich weiterhin in dunkler Magie zu vertiefen. Er war im Grunde ein Krimineller von dem Moment an, als er einen neuen Zauberstab in die Hand nahm, nachdem er Durmstrang verlassen hatte. Er war ein Verbrecher, bevor er überhaupt die Türschwelle bei Dumbledore überschritten hatte. Und als Dumbledore sich ihm anschloss, unterstützte er einen Kriminellen, was ihn wiederum zum Verbrecher machte, ohne dass er es wusste. Der letzte Hinweis darauf, was Grindelwald ausgeschlossen haben könnte, liegt in dem Brief, den er von Dumbledore erhielt, in dem Punkt über die Dominanz der Zaubererwelt erklärt wird. Ich denke, das ist der entscheidende Punkt. Ja, uns mag Macht gegeben worden sein und ja, diese Macht gibt uns das Recht zu herrschen, aber sie gibt uns auch die Verantwortung über die Herrschaft. Wir müssen diesen Punkt betonen. Das wird der Grundstein sein, auf dem wir bauen. Dies muss die Grundlage für alle unsere Gegenargumente sein. Wir ergreifen die Kontrolle zum Wohle der Allgemeinheit und daraus folgt, dass wir dort, wo wir Widerstand treffen, nur die Kraft anwenden müssen, die notwendig ist und nicht mehr. Das zeigt, dass Grindelwald seine Strafe nicht auf die leichte Schulter nahm. Er akzeptierte sie überhaupt nicht und es gab Widerstand gegen seine Bestrafung. Für welches seiner Experimente wurde er tatsächlich von der Schule verwiesen? Was denkt ihr? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Falls dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.